Alles ist Fernlicht, ist mega hell, ist voll der scheiß Strahler. Nein! Das links? Ja. Geradeaus. Einfach geradeaus. Wir wurden geblitzt. Alter, oh shit. Alter! 165 Dollar, der Betrag wird von dir im Konto abge... Ah, scheiß drauf, Alter. 165 Dollar, ich hab richtig Schreck gekriegt. Es ist schwer, wenn die Knie leicht blitzt, Alter. Alter, rechts. Sorry, war ein bisschen spät. Alter, krank, haben die geblitzt, die Ratten. Ich bin auch voll erschrocken, Alter. Du musst die nächste Möglichkeit rechts fahren. Ich sag, dauert aber noch kurz. Da vorne siehst du schon. Jetzt rechts da. Ich bin mal gespannt, was es auf deinem Waffenshop alles gibt. Hier. Ja, steck aus. Nicht mehr, das Haus, rechts oder links, das Haus müsste sein. Das ist der Scheiß. Ah, da wetten? Steht jemand? Äh, der holt sich jetzt direkt, bestellt sich eine Waffe rein und überfällt uns erstmal. Alle. 50.000. Kostet was? Alter, die hat die Lizenz. Ich brauch schon mal die Lizenz. Steht die nächste Bankautomat? 30.000 kostet so eine PDW. Protektor. 30.000. Ist dann hol ich, glaub ich. Ich glaub ich. Ich glaub ich hab erstmal nur ne Pistel. Ja, ich glaub auch. Wo ist der Bankautomat? Ähm, links. Draußen, links. Geradeaus. Da holst du die ACP, oder? Ja. Gibt's ja ne andere. Welt. Ja, da gibt's drei Pistel. Ne PM9 oder ne Rook. Ich glaub die ACP ist die beste. Gutes. Ja. Du wolltest direkt auf mich schießen. Du bist direkt geirig, Alter. Welche Rook? Die Rook. Die Rook musst du dir holen. Ja. Ah, nicht echt die Rook? Ja, die hat 16 Schuss im Magazin. So, ne. Ich hab die ACP jetzt geholt. Ja, die ist besser. Ja. Ja, aber das hat wahrscheinlich kräftige Gummikugeln. Gummigeschosse. Ja, richtig. Ich hab jetzt ein Holster und drei Magazine gekauft. Das darfst reichen, oder? Ja. Voll der Geist, Alter. Wenn's mal richtige Ballerei gibt, Alter. Branche-Magazine. Ohne Maske. Du meinst die Sports-App. Ich hab auch direkt reingeschoppt, Alter. Okay. Die sind vor allem nicht teuer, die Magazine. Ja. Ich hab äh. Okay. Dann gern mal zum Out, oder? Ich hab acht Magazine. Shift H ist rein und STRG H ist raus. Shift H ist Holstern. Shift H ist raus. Wie ist es raus? STRG H. Warte, ich tu kurz wieder einzahlen das Geld. Kannst du den Glauben nicht einzahlen. Ja, ja. Toll. Schön. Dann fahren wir in der Stadt vorbei, zahlen einen. Oh, das soll man direkt was abfahren. Wir hatten hier so eine Scheißkarre hingestellt. Können wir einfach der Hauptstraße wieder zurückfahren. Okay, James Parker. Tanoa, könnten wir uns auch mal angucken. Das ist ja das coole eigentlich, dass du auf beiden Server dann spielen kannst. Mhm. Aber war das hier die zweite Tankstelle, oder kommt da noch eine Tankstelle, dass wir wieder volltanken können? So, ich glaub, da kommt bestimmt noch mal eine. Da kommt noch eine, ja. Bevor wir dann das nächste Mal irgendwo in der Pampa stehen und keinen Sprit mehr haben. Ja, dann tanken wir davon jetzt gleich mal voll. Wie kann man hier denn tanken? Wie kann man hier denn tanken? Was? Da rechts ist auch nochmal ein Blitzer. Holy shit. Alter, vorne ist jemand. Das ist der Ding jetzt von vorher wieder. Echt jetzt? Ja. Hallo. Привет. Ah, Ritzel, wie geht's dir? Ich bin wieder am Leben. Was ist hier los passiert? Alles okay bei euch? Oder braucht ihr Hilfe? Hallo. Hallo. Ja, nein. Ja, nein. Da kommt ein Auto. Achtung, Achtung. Eeeeeeeey. Eeeeeeey. Ehhhhh. Ehhhhh. Ha, 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 ha. Komm, da war ich jetzt. Verkuss dich. Vorsicht, da kommt noch ein Fagenwagen LKW. Achtung, Achtung. Brauchst du Medic Pack? Ich kann dich verheilen. Ich hab gekriegt von Medic. Martin Harder. Irgendwo hab ich den Namen schon mal gelesen. Bis später. Macht's gut. Also vor allem, da war ich, dann macht's gut. Boah, shit, Alter, ich hätte verschwunden. Mein Lenkrad war eingeschlagen, ich hätte den Schirm überfahren, Alter. Was steht der hier? Anfänger, Strate folgen rechts. Oh, ABS vor dem Wind. Alter. Okay, egal, bauen wir mal ab erstmal. Gibt es Shift 1 war das, gell? Nur bei denen, die du das erste Mal siehst. Ah, okay. Dann aber auf Escape oder was? Fahrzeug abgeschlossen. Hä, wie geht das jetzt? Abbauen. Ah, Shift 2. Hm? Weil das jetzt mit Kubisch. Ach so, nein, mit der Axt. Mit der Axt. So. Kupferärzt lagern. Aber der geht sogar runter, wenn ich das Gewicht drauf mache. Geht das sogar runter. Hä, was? Also das Fahrwerk. Ah, stimmt. krank. Ja, okay. Soll, da steht man anders noch da? Ach, das bist du. Ach, ich hab gerade ein Schirm geguckt und dann bist du alle, wer läuft da rein. Ha, 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 ha. Alter. Ja, okay. Ich höre ein Auto. Oh, da kommt nochmal jemand, fahr. Fahr auf die Straße und dann links. Da war der eine Baum wieder. Ich kann den Namen nicht lesen. Flex dich weg. Willkommen im Stream. Dein Name ist ultra schlecht zu lesen, weil ich das Dark Design habe. Wo muss ich denn hier? Jetzt kann ich rechts fahren, oder? Irgendwie sind alles so open field auf. Welche Server spielst du sonst immer? Wir haben keinen festen Server. Aber wir haben jetzt so YOLO mäßig angefangen, auf dem Server zu spielen, weil der halt erstmal, ich habe ja schon mal früher drauf gespielt, aber auch nur ganz kurz und sporadisch. Aber es war halt der Server, was uns mehr links. Der, was uns halt erstmal aufgefallen ist, auch wenn die Spielerzahlen in Ordnung war. Ja. Wo spielt man denn sonst so? Echt? Ja. Ich schlag voll ein. Ich bestimmt, weil das Auto noch beladen ist. Ja echt so, voll realistisch. Wenn ich euch einen empfehlen darf, ich kann euch USA live empfehlen. Was geht denn da so? Nee, Team Elan ist best. USA live, muss ich gestehen, ist auch gut. Die haben ein nettes Konzept und zwar kannst du Mexikaner oder Amerikaner USA sein und dann gibt es eine Mauer oder was? Du hast dadurch Vorteile und Nachteile. Bei der USA gibt es ZB Polizei und in Mexiko nicht. Dafür kann man in Mexiko besser illegal farmen. Ist das possible? Okay, das war nicht letzte der Weg, oder? Geht so. Das Killergebische, den traue ich nicht. Ich würde das Wort beste Server eher nicht in den Mund nehmen. Jeder Server ist auf seine Art gut, aber es gibt keinen Server, der der Beste ist. Ich würde komplett meine Wache darstellen. Trade yourself. Kupfer verarbeiten. Die Rechte sind deshalb ja berühmtesten deutschen Server. Jip. So. Sollen wir uns halt die Hälfte aus dem Truck wieder rausnehmen, oder? Sonst sind wir schneller beim Verarbeiten. Ja. Flex dich weg, vielen Dank für deinen Follow. Ja, was ist denn jetzt? Naja, jetzt hast du dich vorgemogelt. Wie viel Leben habe ich denn? 73 schon wieder nur. Aber es krankt das jetzt so richtig. Das Auto sich anders fahren lässt, wenn er beladen ist. Es gibt ein Highlight in den USA auf USA Live. Da gibt es einen Jobcenter. Okay, das hört sich auch witzig an. Kupferdraht herstellen. Ich würde schon nicht lieber auf die andere Seite setzen, Uwe. Und dann hinsetzen. Dann ziehst du die Richtung. Wenn jemand kommt. Aha. Kupferkabel wird hergestellt. Sind wir hier überhaupt? Drahtherstellung. Weil der Kupferkabel und Draht ist was anderes. Oh oh. Bestimmt jetzt irgendeinen Billig-Scheiß gemacht. Richtig sein. Wo müssen wir dann hin? Zum Edelmetallhändler. Ja, dann müssen wir die Stadt oben, war glaub einer. Aber dann gucken wir uns, dass wir wegkommen. Okay, ich hab alle. Schau doch schon mal starten. Schon mal warm laufen lassen. Nein, nicht schon wieder. Trade selbst. Allerdings so 2 HP. Man kann während dem Fahren Tee benutzen. Ah. Ja. Ja, ich kenn noch. So während der Fahrt. Ich hab wo ich meine Leertaste probiert hab. Weil mein Rockstar drauf kaputt gelaufen ist. Und dann bin ich direkt Abflug gemacht. Also nicht Leertaste drücken. 14 hast du Kupferdraht, gell? Das ist legendär. Kennst du das etwa, oder was? Flex. Jetzt. Wo müssen wir hin, Maki? Rechts. Oh, hier ist ne rote Ampel. Wf. Müsst du auf ne Ampel achten. Warte einfach drüber. Warte einfach drüber. Echt jetzt. Glaub nicht. Piu, wiu, 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 wiu. Ja klar. Okay, nice Sache, Alter. Ich sag ja, dass das Video mega, mega viral gegangen ist. Als ob ihr das echt kennt. Doch, ehrlich, Maki. In der armen Zähne ist das richtig krank, Alter. Ja, okay. Jo, du kannst den Link posten, jetzt. Oh, ich hab geschossen. Alter. Wie viel, Alter. Ich hab, das ist der typische Arma Problem. Einfach rein, Windows rein und dann erst mal schießen. Da kommt jemand. Echt jetzt? Ja. Zwei Stück. Okay, ist schon noch leer? Fahren vorbei, fahren vorbei, fahren vorbei. Nee, fahren vorbei. Holy shit, Alter. Schon fertig? Nee, ich muss noch einmal den Kofferraum leeren. Ist leer, okay. Dann lass uns abholen, Alter. Fahren wir die Stadt. Jo, dann einzahlen. Ja. Bessert-Hausstraße wieder zurück. Ach, jetzt rechts. Rechts. Ja. Genau. Was hast du bekommen? Ähm. Ich muss gleich gucken. Ich muss gleich gucken. Ich muss gleich gucken. Ich bau es gleich mal rein. Ich weiß nicht, wie das mit den Permitten funktioniert. Eigentlich hätte der Link funktionieren müssen. Oder ich musste nochmal von Hand freigeben. Keine Ahnung. Tanken hätten wir kurz können. Egal. Ist das jetzt die Stadt Pyrogoster oder was? Mhm. Dann können wir auch dann das Auto nachher parken und dann bin ich nämlich auch mal raus für heute. Ja. Aber erstmal zum Marktplatz, oder? So, weil der Bank automatisch. Ja. Hier ist 70 erlaubt. Keine ganz nehmen. So. So. Bankfiliale. Ich habe jetzt 118.000. Ich habe 74.000 auf Tasche. Also knapp 23.000 haben wir jetzt gemacht mit der Frue. Okay, bist du aber jetzt auch nicht so mega viel mehr oder du täuscht das jetzt? Mhm. Ich glaube Holz hat besser gegeben. Ja, weil ich glaube du mehr mitnehmen kannst. Ja. Aber jetzt habe ich 305.000 auf der Bank haben wir. Wie viel hast du? Ich habe 112. Also haben wir 400.000. Dann lass mal. Wo ist der Automarkt hier? ZAMAK Transport. Oder den ZAMAK Transport für 432.000 hat Kofferraumgröße 250. Das lohnt sich glaube ich. Das einzige was nervt ist, dass du eine Einbürgerung machen musst. Sprich du musst die Regeln lernen und einen Regeltest machen. Habe aber First Try bestanden. Spart eher auf einen Tempest. Echt jetzt? Ja. Hätte jetzt auch gesagt. Auf einen Tempest? 1,2 Millionen kostet ja. Ach der erste Tempest. Okay. Ja. Da kommt wieder der kranke Psychopath alter. Was geht? Wo der zweite Tempest war fast geiler für 2,7 Millionen. Ja. 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 Wir haben nichts mehr vor. Ich muss jetzt schlafen gehen. Für Körper Ruhe. Weil wir viel auf Achse waren. Beim nächsten Mal wir kaufen LKW Wagen. Okay. Aber danke vielen für deine Hilfe. Wir sehr freuen uns über diese Gastfreundschaft. Ja. Einen schönen guten Tag wünsche ich noch. Tschüss. Tschüss. Jo, ihn auch. Tschüss. Mucho hat die Insel verlassen. Ja. Also auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten. Wer noch kein Follower gedrückt hat, lässt natürlich ein Follower da und verpasst keinen weiteren Stream. Flex dir vielen Dank für den Sub und dann sage ich ja vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.